Ich bin's, Clara. Heute lade ich euch ein zu einem Missverstehen Sie mich richtig? Spezial. Gastgeber ist diesmal Alexander Osang, Bestsellerautor und Journalist beim Spiegel, unterhält sich mit Bettina Wegner, eine der bekanntesten Liedermacherinnen und Lyrikerinnen Ostdeutschlands. Sind so kleine Hände, winzge Finger dran. Kennt ihr das? Das ist einer der berühmtesten Lieder von Bettina Wegner, auch von John Bays gecovert. Wenn ihr live dabei sein wollt, am 10. September in der Berliner Distel, noch gibt es Tickets. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.